Was bisher geschah. Die Minis beschließen zusammen die Superwaffe an sich zu reißen und gegen die großen Kreaturen zu kämpfen. Gerade als sie Richtung Eiswelt marschieren wollen, beginnt ein Beben und die Erde bricht auf. Aus dem Schattenreich steigt der imposante Schattendrache auf. Doch er ist nicht das einzige Schattenwesen. Was ist das? Seht ihr das? Ist der Schneewolf jetzt ein Schattenwolf? Solche Mächte hat es bisher noch nie gegeben. Oder etwa doch? Der Schock sitzt allen Kreaturen tief in den Knochen. Während sie über die Schattenwelt grübeln, sind die Minis entschlossen, die Superwaffe zu rauben. Es darf nicht schief gehen. Juhu, geschafft! Jetzt schnell weg von hier. Na nun, wo kommt ihr denn her? Ihr habt euch wohl aus der Schattenwelt geschlichen. Und natürlich wollt auch ihr die Superwaffe erobern. Das dürfen wir nicht zulassen. Für eine Flucht ist die Superwaffe zu schwer. Und sie in einem Kampf zu verlieren, ist zu riskant. Bleibt nur eine Möglichkeit. Werft sie in den Lavastrom. Bevor die Schattenwelt die Superwaffe bekommt, soll sie keiner haben. Ist die Superwaffe für immer verloren? Eines ist sicher. Der Kampf um die Macht hat gerade erst begonnen. Superwaffe ist die Superwaffe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.